Hallihallo, wie gehts euch so? Schon lange nichts mehr gehört von euch? Oder ihr von mir? Ich glaube eher so rum, hä? Ich bin weihnachtlich drauf. Ich habe eine Weihnachtsmütze an. Ich finde, die sieht scharf aus. Ja, ich habe wieder mal Bock auf Video. Also mache ich ein Video, wenn ich Bock auf Video habe. Ich habe immer wieder hier gespielt, beziehungsweise fast nur auf dem Server. Auf dem hohes Block Server. Also hat sich auch ein bisschen was getan. Ich habe immer wieder mal etwas mehr gebaut oder ausgebaut. Ich bin jetzt nicht so der Ästhetik-Gott. Eher so der, ich baue es, damit es funktioniert Typ. Ähm, EG habe ich momentan total eingerissen. Wollte nicht mehr so viele Köpfe hier rumstehen haben. Keine Ahnung, was ich hier noch so mache. Und heute, heute passend zu meiner Weihnachtsmütze, ist noch das Weihnachtsevent. Da haben sich ein paar Spieler überlegt, wir machen doch ein Drop-Event. Da werden wir heute zusammen dabei sein. So, das geht in einer Viertelstunde los. Wir machen dann nachher noch einen Cut. Ähm, jetzt muss ich noch kurz schnell schauen, ob mein Shop auch noch alles drin hat. Uff, das war schräg. Gewöhnt, hm. Ich glaube, da wurde nichts gekauft. Das so, so nicht. Oh. Uiuiui. Ich habe kein Obsidian mehr drin. Könnte ich noch ein bisschen was holen? Oh, Kuchen. Kuchen muss ich noch rein. Ah, nicht da drauf. Nein. Ja, das können wir so lassen. Da hat es auch noch was drin. Das ist auch gefüllt. Also Kuchen und Obsidian. Okay. Da hat es auch noch drin. Auch noch drin. Auch noch drin. Perfekto. Ja, das reicht auch mal noch. Ach, das geht nicht so schnell weg. Unsere schönen Karten. Ich finde die geil. Jetzt auch hier zu kaufen. Ich würde sagen, da müssen wir mal kurz Kuchen holen. Kuchen, Kuchen. Ich habe, glaube ich, noch ein paar gemachte hier. Nö, habe ich nicht. Ah, nein. Ja, gut, Leute. Dann müssen wir kurz Milch holen. Milch. 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 Hören wir mal zu den Kühen hier. Die Kühe melken. Also einmal. Also einmal. Zweimal. Einmal. Und viermal. Die wollen wir jetzt komplett füllen. Mit Milch. Hallo, Olga. Komm her. Ich glaube, drei Schalker reichen. Jetzt können wir mal mit den drei Schalker hier rein. Einmal. Zweimal. Dreimal. Gib mir das. Gib mir das rauf. 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 Ähm. Ja. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ich brauche. Ich brauche Eier. Weizen. Und Milch. Milch. Milch braucht man irgendwie immer am meisten. Ein bisschen Platz machen. Da. Kuchen. Backkuchen. Ich will ja nicht, dass, wenn ihr in meinen Shop kommt, ihr noch verhungert. Darum gibt es super günstigen Kuchen bei mir. Und Kekse. Und Kekse. Und Kekse. Rein damit. Rein damit. Aber hier haben wir noch ein bisschen mehr String. So. Wir sehen uns gleich wieder im Shop, wenn ich die Kuchen hier gecraftet habe. So. Die Kuchen sind gemacht. Ähm. Einen Schild brauche ich noch. Da habe ich kein Schild mehr. Und Obsidian. Obsidian. Wo hatte ich das schon wieder? Das war glaube ich hier. So. Das ist ein Stack. Reicht mal. So schnell gehen die nicht weg. Ähm. Shop. Eins. Fünf. Fünf. Jetzt gibt es wieder Kuchen. Ähm. Ui. Meine Fresse ist das geil. Kennt ihr das? Wenn ihr per Zufall genau richtig viele Items dabei habt. Dass es die komplette Kiste füllt. Habe ich nicht gezählt. Glaubt ihr mich hier in mir jetzt sicher nicht. Aber ich habe es nicht gezählt. Und ich finde das geil. Okay. Hier haben wir auch wieder drin. Gut. Shop ist ready. Ja. Ja. Also. Wie spät haben wir es denn jetzt? Oh. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich hole euch wieder dazu. Wenn wir zum Weihnachtsevent gehen. Wie spät da? So. Jetzt gibt es noch fünf Minuten. Und dann geht es da los. Event. Weihnachtsevent. Uff. Falsch eingegeben. 1. 2. 1. Event. Uff. Da sind wir alle schon ready hier. Ich nehme mir auch hier ein Boot. Boot. Wer ist denn hier alles so am Start? Und von da oben regnet es dann items. aus dem wunderschönen Schlitten mit reintieren. Ich glaube Rudolf haben sie auch gemacht. Rudolf, zeig dich. Gehen wir mal da vorne hin. Da kann man... Perfekt. Ja, da. Da seht ihr die rote Nase. Vom lieben Rudolf. Ich habe übrigens mein Inventar komplett geleert. Außer die Endertruhe. Dann können wir genau schauen, was wir so erhalten. Außerdem muss ich dann ein paar Fotos noch machen. Für die Presse. Hallo. Wieder ein bisschen zurück. Zurück, zurück, zurück. Ja. Zwei. Einmal noch in den Dunkeln. Aber hell ist schon besser. Sieht man alles, was man muss? Ich frage mich gerade. Ah, da. Da sieht man die. Die Spender. Die Drubber. Cool. Los. Gib mir Items. Ich will abzahlen. Das ist ein Boot. Hallo Fakeboot. Ich weiss, du bist kein echtes Boot. Hier trollt wieder jemand. Der hat eine Katze dabei. Hallo Katze. So, ich hole euch wieder dazu, wenn es dann losgeht. Später. So. Ich denke mal, jetzt wird es bald losgehen. Jetzt geht's los. Da ist was runtergefallen. Da fällt was runter. Da fällt was runter. Ich glaube, wir sehen uns am besten nach dem Event. Dann sehen wir, was wir so bekommen haben. Jetzt nach dem Drop Event. Geh mal weg da, Gustav. Sehen wir doch mal Fazit. Fazit, Fazit, Fazit. Ich muss jetzt zwischenzeitlich mal noch leeren gehen. Das heisst, ich habe so fast eine Doppelkiste mit Zeugs gewonnen. Wie ihr seht, hat es auch ein Beacon gegeben. Ein verzaubertes Buch mit Rückstoss und Schwungkraft. Ich habe ein paar Trichter, ein paar Erzen, ein Bücherregal und noch Karten. Die habe ich noch gar nicht angeschaut. Ah, Simon's Cat. Ich glaube, die habe ich noch nicht. Oh, Popcorn. Cool. Die ist ja cool. Zweimal Popcorn. Gleich mal aufhängen hier. 1, 2, 3. Popcorn hängen wir weiter auf. Popcorn. Habe ich die Simon's Cat schon? Glaube nicht. Nö, habe ich nicht. 1, 2, 3. Sehr gut. Jetzt kommen die Popcorn noch hier übereinander. Warte, bis zuerst. Simon's Cat. So gut. Ja, ich würde doch sagen, das Ganze hat sich mal wirklich gelohnt. Ähm. Oder? Was meint ihr? Also. Also, wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.